Wie jedes Buch auch, hat das Markus Evangelium Abschluss. Obwohl man muss sagen, das Markus Evangelium hat zwei, eine im Vers 8 und eine im Vers 20. Der im Vers 8, der gab es auf. Da verließen sie das Grab und flohen, den Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Hören mal ein Buch auf mit Starr vor Entsetzen. Angst haben. Flüchten. Niemandem etwas davon erzählen. Das ist kein Buch mit Happy End. Eins, wo du Frieden aufs Nachttisch leistst und dann schöne Träume hast du davon. Das haben sich vielleicht auch die gedenkt von Vers 9 bis 20, und da diesen Bericht von Markus angehängt haben. Es war ja nicht so schlecht, dass sie das gemacht haben. Und nicht falsch. Vielleicht haben sie den Schluss einfach nicht ausgehalten. Und andere Evangelisten berichten ja ähnliches dann, was alles passiert ist, nach der Aufmerksamkeit von Jesus. Aber eigentlich, eigentlich hätten sie es bleiben lassen können. Eigentlich ist das ein guter Schluss. Weil es furchtbar geändert hat, weil es furchtbar geändert hat, die Geschichte von Jesus, weil Folter und Tod zu seinem Tod, weil Folter und Hohn zu seinem Tod geführt haben. Weil alle Hoffnung und die Besserung der Lebensumstände mit dem Mann als Kreuz knackelt worden sind. Aber die Hoffnung ist zum Glück schon angelegt gewesen, denn Elend. Aus dem Elend und aus der Leere heraus entsteht etwas Neues und das Neue, das hat einen Sinn. Und sie, die drei Frauen, sie sollen das den Jüngern berichten, durch Verweckung von diesem Jesus. Und der Jesus geht ihnen voraus nach Galiläa und dort, dort sollen sie auch hin. In die Dunkelheit kommt das Licht. Der Tag löst die Nacht ab. Das ist die Symbolik vom Ostermorgen. Und die Botschaft heisst, der Tod und unsere Treinung von Gott ist überwunden. Zum Glück. Schöne Ostern. Und jetzt zurück ins Studio. Und hier im Hauptstudio der zentralen Corona-Bibel-Challenge danke ich im Namen der ganzen Konzernleitung allen Aussenstationen, die mitgewirkt haben an diesem epochalen Projekt. Das war das Ende des Markusevangeliums, nicht aber das Ende der Welt. Am nächsten Zistig nämlich geht es weiter. Dann mit einem neuen Buch. Nämlich mit dem Buch Kohelet aus dem Alten Testament. Das heisst auch Prediger Salomon. Am Montag kommt der Pilot raus. Am Zistig geht es los. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei wären. Bis dann auf Wiedersehen.